Musik Wenn ich manchmal Briefpost bearbeite, dann habe ich Post dabei, wo ich ganz sicher gehen möchte, dass die Person, der Adressat, an den ich diese Post schicken möchte, es auch ganz persönlich erhält. Und so vermerke ich darauf persönlich und den Namen noch. Ich möchte wirklich, dass diese Person genau diesen Brief in die Hände bekommt. Das erinnerte mich daran, als ich kürzlich solche Post bearbeitet hatte, an meine Zeit, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Eine Frau hatte mit mir gebetet und sie hat mir ein Wort Gottes aus der Bibel ganz persönlich zugesprochen. Damals war es mir gar nicht so bewusst und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass dieses Wort, das sie mir dazu gesprochen hatte, ein Wort war, das Gott eigentlich im Alten Testament zu seinem Volk gesprochen hatte. Ich habe dieses Wort in meinem Geist empfangen als eins zu eins für mich genau in die Bibel reingeschrieben. Und das habe ich bis heute so beibehalten. Ich lese das Wort Gottes ganz persönlich für mich, als würde Gott direkt jetzt zu mir in meine Situation hineinsprechen. Es ist nicht ein fernes Wort, über das ich nachdenken müsste und wozu ich keinen Zugang befinden würde, sondern es ist ganz persönlich für mich gedacht. Und es gibt Zeiten, wo ich das Wort Gottes wirklich studiere, wo ich wissen will, was ist der Wille Gottes für sein Volk? Was ist das Leben Jesu für mich? Wie war das, wo Jesus gelebt hat? Wie ist das mit den Menschen der Bibel? Wie haben sie mit Gott gelebt? Wie haben sie ihren Glauben gestaltet? Aber dieses eine, dieses persönlich für mich, das habe ich mir wirklich bewahrt. Und das ist etwas, wozu ich dich auch ermutigen möchte. Lese die Bibel als ein persönliches Wort für dich, als einen persönlichen Brief. Da steht drauf, persönlich, für dich, für dich geschrieben. Und das Wort, das ich damals auch erhalten habe, das möchte ich dir auch heute so zusprechen. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, Herr, ich möchte mich ganz neu dir zuwenden. Aber da gibt es so viele Dinge in meinem Leben, die ich nicht verstehe, die einfach schwierig für mich sind und wo ich nicht weiß, was morgen kommt. Fürchte dich nicht vor morgen oder heute. Gott spricht persönlich zu dir. Da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. In diesem Vers kommt das Ja Gottes vor. Das Ja Gottes ist zu dir gesprochen. Das Ja Gottes ist gültig für dein Leben. Und du kannst dieses Ja empfangen. Gott nimmt dich an. Gott vergibt dir deine Schuld. Gott reinigt dich. Und er spricht dir zu, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich halte dich. Du bist nicht alleine. Und ich gehe mit dir durch die Situationen deines Alltags. Nimm dieses Wort heute nicht mit dir mit, ganz persönlich für dich geschrieben. In der Bibel für dich heute. Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!